Wenn die Menschen Haifische wären, ich meine nur, wenn, dann ließen sie in den Meeren große Kästen bauen, mit allerlei Nahrung drin für die kleinen Fischlein, versteht sich's denn? Und die kleinen Fischlein, da dreht sich's. Und sie würden auch immer drauf schauen, dass in diesen Kästen frisches Wasser wäre. Und sie würden auch allerlei Maßnahmen treffen, auch Sanitäre. Wenn zum Beispiel so ein kleines Fischlein sich eine Flosse verletzte, dann würde ihm sofort, aber sofort doch, ein Pflaster verabreicht, damit es dem großen Haifisch nicht wegstürbe vor der Zeit. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Magyder hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Doch Magyder, nein, er hat eine Handschuhe, drauf man keine unterliegt. Und die Fischlein, sie verschwindet, doch zum Komma des Gerichts. Man zitiert am Held den Haifisch, doch der Haifisch weiß von nichts. Und er kann sich nicht erinnern, und man kommt nicht an ihn ran. Denn ein Haifisch ist nur ein Haifisch, wenn man's ihm beweisen kann. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Applaus . . Vielen Dank.